Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen bei Vorsicht Lyrik. Heute geht es um das Gedicht. Das Gedicht Das Erste am Morgen Das Letzte am Abend Das Beste im Schlechten Der Kern des Guten Wegfall des Überflusses Das Einzige Sattsein Das Wenige zum Leben Alles, was bleibt Das Kern des do cœur Das Erste Ich verandone Die Tonne Das Erste Ich verstehe Das Erste Ich finde ich bin Untertitelung des ZDF, 2020